Ich war eine lange Zeit gefangen im Körper einer Frau, zumindest neun Monate bis ich auf die Welt gekommen bin, und dann... Ja! Jetzt musst du es sonst dir! Das wird sehr viel wissen, was du hast. Ich bin ja kein Urlauber, das muss nicht sein. Ich bin ja viel lieber auf Taraschen und Balkonen. Dann muss ich penetrieren. Der Regulität ist mass. Ich möchte mich nicht aus der Atmosphäre ziehen oder das ganze hochsteralisieren, was ich meine, Bildung ist wichtig. Manche Menschen haben von der Quelle des Wissens getrunken, andere haben nicht einmal gegurgelt. Ich renne da rein! Ich denke einfach, wo ist ein Arschhofen?! Ich soll nicht verstanden, dann schiebt man da! Du! Du lente! Bratt! Du lente! Sie! Du lente! Sie! Du lente! Sie! Du lente! sometimes im Scheißer! Was im Scheißer", ich hab gleich geflabert. Ich war vor kurzem mit der Verena in der Arena von Verona und habe von meinem Lieblingskommunisten von Mozart, wenn man die Eider anschaut, beziehungsweise die Latravita, den Ring, die gelangene, entliegenden Flohhändler.